so hi ladies da sind wir wieder und machen direkt weiter wo wir letztes mal aufgehört werden bei let's play nettle nightmares diesmal fand ich nicht runter so sieht er hier sehr rochig aus versteckte mit einer spalt wo ich mir gerade so etwas gedacht was das scheiße irgendwie hatte ich eine ahnung chapeau mr hardface da hat er uns eiskalt ne hat er uns jetzt kommt da der andere durch kam schon ich steck deine hand rein, steck sie rein ein glory hole schau wenn es da vorbei hat, wirst du so ein penis gekillt, hätte ich den Kopf voll aufgespießt so rücknippst du die andere mal wieder weg so scary movie ist das wie lange willst du jetzt noch rumfliegen? dann musst du ja rüber springen dann einfach mal oi mr red red heißt der splinter stimmt wir werden zum ninja treffen kommt er jetzt hier? oh 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 jetzt hat er uns, ist vorbei jetzt kommt er vor zu müssen aah oah echt aah ich hatte echt Schiss, dass du da genau in den Korb springst ne ne so einfach nicht jetzt müsste der Korb brechen und seine Hände zack alter das wärs das wärs ey ey das wärs das wärs oah oah alter 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 das wär so geil wenn es die arme ja ich kann das werden oh das war so nahlich den Kopf weg oder? aber das Ding bewegt sich oder? du Gott ja ja ich geh drauf und runter du musst jetzt da rüber springen ich musst du auf den Korb da hier vorne und dann da rein rechts was ist denn da? ach auf den Korb da weizen? der ist ja nicht ob dann durchgegangen ist dann sieht so aus da wo er rumfingert? ne 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 da hinten hinten? ja ah quasi genau jetzt was ist denn da? hey da ist da irgendwas wirklich nix du kannst es nicht weg jetzt ah scheiße jetzt musst du wieder rüber du musst wieder rüber er greift hier gleich hinten er greift hier hinten er greift hier hinten hä? hör mal wer da hämmert hä? hm hm ich brauch wenigstens viel zu dir hm ich muss mal irgendwie auf den Korb rauf springen also dass der ich kann es mir nicht vorstellen hm reist die Hütte ab aber was denn sonst hier ist doch sonst nix mehr ja das muss doch hier rechts sein ja das muss doch hier rechts sein also wie ist denn das? Peter muss doch mal muss doch mal ne Chance geben eh was ist denn da hinten gerade wenn ich gerade suche hast du auf die Uhr geguckt? Ja gut das ist immer wichtig bei den Kinder auch für's halt und vorbei eh ich bin der Meinung Ja, in der Luft hast du gesehen? In der Luft! Obwohl er gar nichts gesehen hat. Hier vorne und rechts musst du reichen. Hier, wo ich jetzt bin. Aber hier ist noch nichts. Hast du gesehen, wie er mich noch mit Jedi-Kräften angezogen hat? Er ist ein Jedi! Ah, ihr seid eine Jedi! So, nach langen Tatsachen experimentieren haben wir herausgefunden, dass man doch was mit dem Kind machen muss. Jetzt! Jetzt! Schnell muss man so ein Meter Stäbe rein zum Ausbahnen, damit er unterbricht. Soll ich jetzt schon? Geht zwar? Ja. Hier die andere Seite. Ah, nein, 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 nein! Vorbei, vorbei der Mai! Ei, 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 ei! Und jetzt! Jetzt schon? Weißt du? Was? Was ist das? Das ist ja so wie Uga, Uga, Chaka! Uga, Chaka! Get down, feeling! Drei, zwei, jetzt! Arme abtrennen! Arme abtrennen! Arme abtrennen! Arme abtrennen! Aber wenn wir nicht hier jetzt an der falschen Stelle, oder? Nein! Da hat er jetzt gar nichts gemacht. Oder vielleicht daneben gegriffen, ne? Warum? Oh, oh, hallo, hö, hö. Also nochmal das Fenster. Jetzt wird es jetzt. Ja, das kann man schnell so. Uwgachaka, uwgachaka, uwgachaka. Jetzt! Boah, die Arme sind ab! Ja! Das war's! Geil! Wargott für Gains, Baby! Alter, ich will jetzt sehen, wie er aussieht. Der Bastard. Der ist jetzt gehänselt. Also vielleicht kommt er zurück mit noch längeren Armen. Nee, mit Roboterarmen. Genau, die noch länger sind. Die noch Arketen schießen können. Es lädt. Es lebt. Konkret. Zu spät. Reiß die Hütten ab. Jetzt kommt Fred. Ha! Da kann man mal genüsslich ein Stückchen aus der Wasserbrille nehmen. Ich bin ein einsames Männlein. Was aber ganz schön sexistisch ist. Da war grad sexistisch. Dann könnte er auch ein Vibelein sein. Ja, wir haben doch schon mal festgestellt, dass es über ein Vibe ist. Es ist ein Vibelein. Ich fühl mich entmannt, weil es ein Vibelein ist. Was laberst du da? Was ist das? Was ist das denn? Leibensäcke? Da sind... Da riecht sich was. In der Leichenhalle, in der Leichenhalle. Bam! Boxsäcke werden hier produziert. Sie haben mich... Jetzt! Die Chance! Juhu! Sie haben mich vergessen. In der Leichenhalle, in der Leichenhalle. Hier gibt es nichts zu lassen. Jetzt kommen wir in den Grupparten da, wo die ganzen Pakete sind. Die ganzen Koffer. Verstehst du? Ne. Dem kann ich nicht vorgeleisten. Okay. Guck mal, da oben ist jemand. Das ist jemand anderes. Das ist der nächste, den wir die Hände abhacken müssen. Das ist ja geil. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Lassest du dich jetzt verlassen? Ne. Ich bin runtergefluggelt. Nein! Jetzt gehört dir wieder Hunger! Wenn er keine Hunger kommt, schnapp den Snickers. Ja, Mr. Reds! Ja! Wir fressen... Wir fressen... Oh oh. Was war das? Ist das eine Mausenfälle? Müssen wir jetzt echt Mr. Red essen? Müssen wir jetzt echt Mr. Red essen? Der Karger, der will wieder alles absuchen. Ja, ich habe nur mal guckt. Könnt der irgendwo weit in der Ecke liegen. Ab nur mal guckt. Ob man noch nie in diesem Spiel passiert ist. Was ist denn los mit ihm hier? Oh, die Arme hatte... Es geht nicht anders. Ich hoffe, wie er schon die Hände so ausstricken. Nein! 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 Wir sind blutdürstig geworden, Fred. Nein! Es ist passiert. Nein! Es ist passiert. Es ist passiert. Oh... Wir haben Meister Splinter getötet. Oh... Damit wurden die Turtles niemals kreiert. Oder unterrichtet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir sind. Sind wir jetzt das Gute? Sind wir jetzt das Böse? Boah, ist jetzt die Mucke so? Warte! Niemand weiß, was noch real ist. Tja, ein Twist, mit dem die wenigsten gerechnet haben. Und vielleicht auch manche enttäuscht sind. Aber wir wissen, oder wenn mein Alter wird, es gibt nicht nur das Gute und das Böse. Es gibt auch mal eine Grauzone. Nichts lässt sich in Schwarz und Weiß unterteilen. Was ist das hier? Wie komme ich da hoch? Warte mal. Ich habe eine Idee. Juhu! Er hat da eine Idee. Ah! Ich bin so ein geiler Hund manchmal. Dass du gleich alles bespickt könntest, oder? Naja, also... So weit! Oh, jetzt kommt meine Blutspur. Ja, von wem denn? Von uns! Wenn wir im Sao Red getötet haben. Alter, was ist denn das darunter? Oh, wo findet sich der Waden? Und das Würste? Ich habe auch keine Pizza mit Brusten bestellt. Boah! Ah! Good old strong together reference. Ah, f*** dich doch. Zu schlecht. Da muss ich noch ein bisschen abhälte, gell? Ach, Junge! Nein! Bleib hier! Oh! Bitte! 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 Oh, hier ist nur ein Ende! Aber wir sind schon gesättigt. Ich habe ja schon eine lebende Ratte gefressen, haben wir jetzt... Die Ratte hat gut gekauft gegeben. Oh, das ist der Koch, der ist gerade am Arbeiten. Da habe ich jetzt gespannt, wie der Rüst ist. Hätten wir den anderen nicht auch in der Küche oder so erwischt? Warten wir den anderen das erste Mal gesehen. Oh! Alter! Fred, der sieht ja ein bisschen aus wie du. Da guckt so wie ich. Ich bin Fred! Ich bin Fred! Oh! Mal gucken, was der Zähne Spezialfähigkeit ist. Er hört sich auch an wie du. Das ist definitiv schneller. Es war ein Versuch wert. Karin musste ausprobieren, was passiert, wenn wir in der Stadt werden. Ja. Vielleicht hätte es auch nur so weiter gehen können. Ihr ein Klugscheißer da draußen. Aber wo kann ich mich denn hier verstecken? Ach ja, hier drunter, wa? Sichtbar, ne? Ja, hu 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 hu! Frederico! Frederico! Kommst du auch vorbei ohne, dass du das entspust? Verdammtisch. Stimme! 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 Oh! Alter, war es schon wieder knapp. Guck mal, wir gucken! Dieser riecht ja ein Fettlappen. Oh! Nicht bewegen! Nein, warum bewegst du dich denn? Na ja, aber wären wir jetzt eh da runtergekommen. Nein, wäre er nicht. Wäre er... Nein! Wäre er... Oh, guck mal, jetzt nimmt er ein Messer. Oh, oh! Alter, endlich! Und... Oh! Alter, er hat uns eiskalt den Kopf gebeheaded. Richter, der ist bestimmt vom IS. Ja, der könnte sich locker bewärmen als Mr. Hacker. Oder komm, wir sollen ihn mal in den Raum locken und dann... Ja! Ah! Schau mal, Alter! Boah, ist das für ein riesen Fisch, Alter! Da hab ich noch gar nicht gesehen! Ja, das ist ja auch gar nicht. Oh, oh! Das ist ja witzig! Ey, was jetzt das schnelle Möglichkeiten gibt? Oh, oh, oh! Nicht schlecht! Das wollte ich euch mit zeigen da draußen, ne? Kapten mit Absicht schnappen lassen, damit ihr mal seht, was ihr alle zeiget. für möglichkeiten im spiel sind es gibt nur lügen tut mir der der sie glaubt so rennt einfach mal rüber er hat jetzt sich jetzt das schwer ewig umgestanden jetzt hatte ich auch was in dem top also er hat scheinbar geschmack an uns gefunden so versteht man schickt auf die karte hinwerfen ja das war ein gang ja jetzt kommt er nämlich hier über hatte man jetzt inzwischen kurz jetzt macht er jetzt hätten wir überlaufen können und dann stelle rennt unter den tisch das war es dann geht es jetzt zieht er hier auf jetzt zieht er hier auf Vorstreuen Hast du den Wiener gesehen? Kannst du aufziehen? Oh, der war gut Oh, oh, oh Oh, wir brauchen einen Schlüssel Oh, schnell anziehen Oh, oh Warum gehst du runter? Ja, wollte ich gar nicht Nee, denkst du, ich wollte... Ja, klar Denkst du, das war meine Intention? Jetzt hättest du das ja nicht gemacht Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pfff Hä, ich hab doch gespeichert Äh, jetzt wissen wir, wie es geht Pass auf, jetzt rennst du aber unter den Tisch lang Nee, nicht da Mh, leckeres Fleisch Jetzt bist du, ne? Jetzt bist du, ne? Ja Es ist schluss Es ist hot Ach, da ist auch noch ein Durchgang Da haben wir auch einen? Ja Ja, ich tue ich es nicht Ich tue... Ich tue... Ich tue... Mal schlussend finden Hast du den irgendwo gesehen, Neo? der muss sein gesicht hochziehen wenn man in den mut zu kommen ich sag noch heute jetzt muss man natürlich hier weiter arbeiten das ist die frage erstmal wo ist der schlüssel ja bestimmt oben drauf irgendwo da auf den balken aber da komme ich nicht rüber gesprungen ich hoffe nicht ich glaube nicht und sagen wir machen jetzt mal die kerze nach oben an die ist schon wo ist denn der schlüssel ist der da mit einer schublade rechts das kann natürlich auch sein ne oh ne hä wie ne wie ne wie bitte ich wollte gerade noch sagen er steckt uns in den fisch in den fisch rein und dann wollte ich aber lieber realistisch bleiben ey man hätte ich es mal gesagt das stimmt nicht so lange laut mir zu lange ant LOVE das kann wieder sehr viel sein doch nicht so lange du ruhig aber schon Lima das kann er nicht gesehen diplacht Nein geht über die kann es ja mal jetzt hier rechts lang geben also hier den short comments ja bitte bitte was macht er denn jetzt so lange es muss erst geschwiegert werden das ist doch erst in rom das ist so dunkel dass ich die scheißen lücke dann diese auch gar nicht verkackte kaka also genau das war Kannst du gleich hinter den Land gehen. Meinst du? Ja. Warum, warum wird der jetzt aber aufgescheucht? Na, wenn ihr über die Wiener, der ist dagegen gerannt. Kennen wir schon. Du kannst uns nicht mehr schocken. Tja, Peter. Bis jetzt sind wir immer gut durchgekommen. Jetzt haben wir immer so Stellen, oder? Hm. In drei, zwei, eins. Nein, war zu viel. Das war zu viel. Jürgen. In drei, zwei, eins. Nein, war zu viel. Das war zu viel. Jürgen. In drei, zwei. So. 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 wir haben dich ausgetritzt wir haben hier extra irgendwas hingestellt nur damit ich dagegen laufe fack fack, komm, zieh dich hoch zieh dich da hoch wir erwarten bis bis das Eier jetzt weg ist boah wie er schaboliert kostet bestimmt noch ein bisschen wenn du den Schlüssel wählst, er siehst das war so ein bisschen das blöde an so Puzzle-Rätselspielen ne? ja, schmeiß doch mal da die Schlüssel ein paar runter gucken was er da macht aber wahrscheinlich auch was ich würde auch einfach gar nicht reagieren guck mal da unten der Mini Mini wir müssen ihn retten wir müssen ihn retten ich will hoch hinaus boah, ich dachte, wer das tut das wäre es gewesen doch nicht der Yellow Ranger für den Arsch wäre es gewesen aber wen juckt es denn? wir sind auf Knochen wir sind auf Knochen erstmal noch mal spülen auf meine Kerze weiter jetzt keine Müdigkeit am Ende wir sind auf die auf die lege die 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 das ist ja es ist das schlüssel das ist jetzt schon gleich wo sind wir gekommen jetzt müssen wir das bett kriegen müssen und das rumgucken ich bin nicht wir wollen noch nicht ach wir sind hier kann ich jetzt auch wieder hochfahren Guten Tag. Die Mucke... Ist das die Frage? Wo er ist? Der ist bestimmt kacken. Boah, dass man da aber nicht rumkucken kann, wa? Wo ist er denn hin? Der ist ja nicht, ne? Ich glaube, der ist kacken. Gut, dann müssen wir jetzt nur mit dem Schüssel in den Fahrstuhl eigentlich. Na. Und dann... zum Schloss. Oh oh. Schlechter Schlitter? Ach, hier sind wir. Ah, hast du nicht entschickt? Nee. Was? Hä? War wir hier nicht hin? Naja. Ist wieder gegangen. Boah, ist einer der Katzen geschissen? Ja, hab ich auch keinen. Boah, er kommt halt von den Wolken an. Stinkt. Es stinkt. Also stinkt der Typ bestimmt. Boah, Alter. Boah. Das hätte ich von dir nicht beirrt. Jetzt geht er rum. Boah. Ey. Wo bin ich? Wo bin ich? Guck mal, er guckt es auch. Er guckt es auch schon. So. Du meinst? Wir machen hier einen Break. Geil, geht den Katzenklo sauer machen, sonst kotze ich gleich. Ja. Und dann sehen wir uns irgendwann bei der nächsten Runde von... Let's play Little Nightmares im Dunkeln gegen die Köche. Wir vereinen uns und transformieren uns in den gelben Morphing Super Power Ranger.